Und direkt in der Fußgängerzone liegt das Hotel Sokos. Und das ist jetzt das Sokos Hotel, hier im Zentrum von Levi, das ich jetzt besuchen werde. Das ist die Rezeption des Sokos Hotels. Das Kaffeehaus. Das ist ein sehr ansprechendes Hotel mit über 200 Zimmern. Schön ist natürlich der Blick vom Sokos Hotel in die Hauptstraße von Levi. Hier gibt es den Waschtisch und die Dusche. Auch das WC ist hier im Badezimmer. Und die Sauna ist im Zimmer, das ist natürlich schon sehr angenehm. Und das ist jetzt ein Standardzimmer ohne Sauna. Und das ist jetzt ein Standardzimmer.